Mehr Energie im Mama-Alltag. Meine 21-Tage-Challenge. Wir Mamas brauchen Energie. Für uns und für unsere Kinder. Aber kennst du das? Manchmal fühlst du dich einfach müde, schlapp, antriebslos und eigentlich möchtest du nur ins Bett oder auf der Couch liegen. Ich zeige dir im Rahmen meiner Facebook-Challenge, wie du Energiewampire erkennst und wie du mit ihnen umgehst und wie du in deinem Mama-Alltag zu neuer, frischer Energie kommst. Wir werden gemeinsam aktiv und gehen sofort direkt in die Umsetzung. Schau dir meine 5 Live-Videos in meiner Facebook-Gruppe mit meinen besten Tipps und Tricks an und mach mit, indem du die 5 Aufgaben löst. Das erste Video gibt es live am 7. Oktober um 20 Uhr in meiner Facebook-Gruppe. Melde dich jetzt kostenlos an und sei dabei. Und weil es mit Freunden viel mehr Spaß macht, lade die doch gleich noch mit ein. Wir sehen uns am 7. Oktober um 20 Uhr in meiner Facebook-Gruppe. Bis dann, ich freue mich auf dich. Und dann, ich freue mich auf dich.